Ey Leute, habt ihr schon mal einen Apfel gegessen, während ihr auf Scheißhaus saßt? Hab ich gerade eben gemacht. Joooo! Nein! Nein, 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 nein! Fuck! Hat ein Fünfer gegönnt, hey Domi. Sag mal Ferdinand. Ferdinand? Jaaaa, sicher. Och, komm Bruder! Einfach laufen, am Ende vielleicht jumpen. Junge! Was ist das? Bring hoch Junge! Fress halt weniger McDonalds! Was?! Wow! RIP! Ach Mann! Oah! Oah, Ultralack. Ja, 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 komm! Eeeeh, aaaaaaah! Oah! 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 Fuck! Oah! What the fuck? Oah! 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 Neun! Neun! Oah! 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 Oh, Flipper or die! Oah! Aaaaaah! Jaaa! Oah! Oah! Jaaaa! Oah! Komm, ich mach Big Win! Ich mach Big Win! Ich hab' nicht getroffen! Was? Fuuuck! Futter! Chill, chill, chill! Spray! Spray doch! Du hättlicher Wundbrun! Warum springt ihr nicht? Jaaa, fick! Kannst du nochmal einen Among... ...spielen nie gefühlt. Damit, wenn mal was passt... Was war das denn? Boah, beide kommen rüber. Heftig. Ich nicht. Oh Mann, ich bin so entspast. Ich bin ein Schaden für mein gesamtes Team, Alter. Warum? Wie das da aussah. Ist ja gut. Okay, ich glaube, ich werde nie wieder werfen. Die Zeit geht uns aus. Und das Salz wächst. Ach komm! Das ist heftig. Und auch hier dieser Laser. Was ist das für mich jetzt? Nein! Wieso? Nein! Wieso? Äh... Was mach ich eigentlich? Jetzt noch eine erste Runde aus. Ja, das wäre natürlich noch super schön. Ja... Weg mit dem Spurz! Hör auf zu schubsen! Kapiss dich! Hör auf! Hör auf! Bau doch jetzt mal die Assis runter da! Ah! Ah! Nein! Ich stehe nicht so auf knochige Arschlöcher. Warte kurz. Brain AFK. Ah! Wie lost sind die denn? Ah! Ah! Oh! Was? Die haben Pfeile gedroppt? Ah! Die sterben einfach an! Bis auf er! Der chillt! Endlich bist du hier! Bist du... Bist du ein Fangirl? Ähm... LOL! Shit! Serumosenkreis. Bitte treff! Treff! Warum verkack ich das in letzter Zeit so? Alter! Verreckt doch! Nicht! Zieh dein ganzes Team runter! Yes! Yes! Wir können es schaffen! Komm! Los Leute! Komm! Ja! Ausgleich! Nein! Letzte Sekunde noch und du bist schuld! Aber ich bin ganz oben! Schön für dich! Ja! Wenn du so schlecht spielst! Und dich nur treffen lässt von mir! Ich hab 5! Ich hab mehr Kills als du! Was willst du? Ach! Schwer Ausgleich! Digga! Was ist das? Das ist halt ein Haushoels Sieg sein müssen! Ja! Haushoels! Sieht man die meisten einfach nicht! Hallo Rosalina! Ich hab auf dich zuerst geschossen! Ja! Was? Was? Warum führt ihr jetzt? Hallo! Betrug! Wenn wir besser sind! Verrät doch! Ja! Donkey Kong du stinkst! Hau ab! Ja! Die 11! Hey Kings! Hallo! Yoshi töten! Yes! Geil! Ich hab aber auch... Jo! Komm, komm! Gön! Hallo! Ja! Was soll das? So ein Betrug! Fahr du Assi! Das ist alles Schiebung! Hä? Aber Yoshi wird hier! Yes! Nein! Geil! Leute! Jetzt holt euch doch hier die Punkte, Mann! Betrug! Dumme Dino! Nein! Komm! Pfeif ab! Pfeif ab! Verloren! Verloren! Ja! Dein Team hat verloren! Du hast verloren! Nehm mir aber auf jeden Fall noch hier diesen Krog mit! Ja! Was wie immer nicht funktioniert! Ich hasse die scheiß Seerosenkreise, Mann! Runterfallen! Segeln! Und komm! Gönnen! Wie gesagt, ich kann euch kein Klerasiel empfehlen! Warum hab ich noch mal... Ich bin so dumm! Ich bin so unglaublich dumm! Dieser scheiß Bockblinn! Alter, die Wächtersachen zerbrechen an denen ja wie... Butter auf einem heißen Backblech! Okay, die zerbricht da nicht so an Spilz, aber... Ist doch egal, Mann! Ich bin in Panik! Und du blödes Arschloch! Du wirst jetzt sowas von vernichtet, Mann! F*** Dich! Betrug! Aaaaah! Komm, komm, komm! Treff Baby Mario! Treff Baby Mario! Yes! Das muss der Sieg sein! Nein! Was? Traurig! Ne, die hab ich ja wüsste! Ich bin gar nicht mehr sicher, ob der braucht das Hattel. Nein, nein, nein! Oh Gott, bin ich dumm! Ich hab nen Pilz gezündet und jetzt sieben Münzen verloren! Waaaas? Ja, wie viel haben warst du? Das war ich? Und ich! Ja, ich... Jetzt kein Betrug, kein Betrug, kein Betrug, kein Bet- Wieso, wieso sind wir hinten? Hallo? Mein Ohr? Das stirbt gerade. Nein, Alter. Was? Was? Verpiss dich! Verpiss du dich? Nein! Scheiße! Nein! Hör auf! Warum machst du das? Nein! Wie? Wie kann das sein? Ich hab drei Greenshills! Das ist nicht die Dichter betrugt! Da brauchst du nicht mal einen Rief dafür! Noch eine? Einfach zwei! Alter, hör auf so blöd zu schreien! Ja natürlich, wo ich... Oh doch! Nein! Beste! Nein! Du bist echt so hochgekommen! Ach komm jetzt hör auf! Ja jetzt hast du noch aufgenommen, wenigstens einmal! Blöder Zinkai! Fühl dich!